Das Paradies ist ihre Bühne. Das Meer ihre Challenge. Der Strand, ihr Catwalk. Ich würde alles tun, um Germany's Next Topmodel zu haben. Jeder will diesen Titel für sich gewinnen. Ich glaube, ich kann das für mich schleuten. Im Modelalltag ist die Konkurrenz sehr, sehr hart. Da musst du echt alles aus dir raushauen. Und wenn du das nicht machst, dann... Ich habe heute leider kein Foto für dich. Die neue Staffel Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Ab 8. Februar 20.15 Uhr. ProSieben. Ab 8. Februar 20.15 Uhr. ProSieben.